Hallo und vielen Dank fürs Einschalten. Dies ist quasi mein, ich weiß gar nicht wie viel der Hilfeaufruf, aber zum ersten Mal zu diesem Thema. Und zwar wollte ich, bzw. will und werde ich auch, eure Server präsentieren. Ich war jetzt schon auf ein, zwei Servern unterwegs, aber mein Minecraft stürzt alle eineinhalb Minuten ab. Wohl dazu gesagt, sei die Tatsache, dass ich, wie sagt man, meinen Minecraft-Account noch nicht lange habe, aber deswegen habe ich leider keinerlei Erfahrung irgendwie damit. Deswegen meine Frage an euch, was tun? Ich bekomme immer wieder dieses Bild, out of memory, Minecraft has run out of memory. This could be caused by a bug in the game, by the Java Virtual Machine, not being allocated, bla bla bla. Kennt das jemand? Übrigens ist nicht mein Cursor im Bild, sondern einfach nur der Körper von dem Screenshot, den ich gemacht habe. Helft mir mal, wie kann ich das machen? Es ist einfach scheiße, weil alle eineinhalb Minuten muss ich mich in Minecraft neu einloggen und kann einfach kein flüssiges Gespräch aufbauen mit mir selbst. Wer mir hilft, wird sich mein ewigen Dankes, wie sagt man, sicher wissen. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Vielleicht kennt das jemand, vielleicht weiß jemand, vielleicht kann man das nach fünf Minuten Google lösen. Ich konnte es nicht. In jedem Fall danke ich für eure Hilfe.